So, herzlich willkommen. Heute habe ich einmal einen Multi-Effekt-Batterie-Vergleich von der Firma Veko. So, wie ihr sehen könnt, das ist die Batterie Alligator. 15-Schutz-Batterie, relativ schwer. So, und die Alligator tritt an gegen die Batterie Midnight-Burner, auch von der Firma Veko. Wer sich jetzt denkt, mein Gott, die sieht ja ungefähr genauso aus. Die sieht nicht nur genauso aus von der Verpackung. Wenn ich die gleich zünde, dann werdet ihr auch sehen, die sind auch praktisch identisch beim Abfeuern. Ja, hier sieht man den Preis 399, die Alligator kostet ebenso 399 und die zünden wir jetzt beide mal nacheinander. Ganz tolle Batterie für den Preis, kann ich nur empfehlen. Also viel Spaß. So, hier haben wir zuerst die Midnight-Burner. Hast du? Ja. Im Vergleich jetzt die Alligator. So? Untertitelung des ZDF, 2020